Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie Popcornmaschen gehäkelt werden. Und zwar kann man die als reinhäkeln, aber auch in Runden. Wie das in Runden aussieht, könnt ihr euch gerne bei dem Popcorn Bloom Video angucken oder bei dem Video mit den Topflappen aus Popcornmaschen. Das verlinke ich euch auch hier oben bei den Infokarten. Ich habe jetzt hier eine Reihe gemacht aus festen Maschen. Und um auf die Höhe von einer Popcornmasche zu kommen, habe ich drei Steigeluftmaschen am Anfang der Reihe gemacht. Eine Popcornmasche besteht immer aus fünf ganzen Stäbchen. Das heißt, wir machen einen Überschlag und stechen in die nächste freie Masche ein, holen den Faden durch und haben dann drei Schlaufen auf der Nadel. Ihr mascht zwei Schlaufen ab und nochmal zwei Schlaufen ab. Dadurch habt ihr ein Stäbchen gemacht. Das nächste Stäbchen kommt auch genauso wieder in dieselbe Masche hinein. Dann habt ihr zwei ganze Stäbchen und ein drittes Stäbchen auch wieder in eine und dieselbe Masche. Ein viertes und ein fünftes Stäbchen in dieselbe Masche. Dann lockert ihr ein wenig und sucht euch euer erstes Stäbchen. Das wäre ja dann hier nach unseren drei Steigeluftmaschen und stecht oben in den Kopf des Stäbchens ein unter diese zwei Maschenglieder. Hängt euch diese Schlaufe wieder auf die Nadel drauf und zieht diese durch euer erstes Stäbchen durch, wo ihr eingestochen habt und macht dann eine Luftmasche. In Runden werden da meistens zwei Luftmaschen gemacht. Ihr müsst gucken, wie locker ihr die macht. Wenn es zu fest ist, könnt ihr auch zwei machen. Wenn ihr das so wie hier so locker habt, reicht eine meistens aus. Die nächste Popcornmasche geht natürlich genauso. Ihr macht wieder einen Überschlag, stecht in die nächste freie Masche ein und macht wieder fünf ganze Stäbchen in ein und dieselbe Masche. Drei Vier Und fünf Lockert dann da oben wieder ein wenig Sucht euch dann euer erstes Stäbchen. Das ist hier. Geht oben in den Kopf des Stäbchens nehmt euch von hinten diese Schlaufe und zieht sie einmal durch und macht eine Luftmasche. Und so geht das dann die ganze Reihe durch oder eben in Runden und ihr habt diese süßen eingerollten Popcornmaschen und mehr ist es nicht und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Damit kann man wunderschöne Sachen machen. Schaut euch gerne, wenn ihr mögt, meine Videos an und bis zum nächsten Mal.